Das war natürlich ein Fake-Tweet von uns, das hat Trump so nie gesagt. Allerdings sind das nicht wirklich Fake News. Nur regen wir uns ja viel mehr auf, wenn Trump Müll tweetet, als wenn seine Regierung Müll produziert. Also, worum geht's? Der US-Senat hat ein Gesetz verabschiedet, das neue Sanktionen gegen Russland vorsieht. Gedroht wird jedem Unternehmen, das Russland dabei unterstützt, Gaspipelines nach Europa zu bringen und diese dann auch zu nutzen. Eine krasse Sache, denn das ist globale Machtpolitik at its best. Sollten die Sanktionen tatsächlich so kommen, hätte das eklatante Auswirkungen auf die gesamte Öl- und Gasversorgung. Meint Matthias Warnig, Chef der Pipeline-Entwicklungsgesellschaft Nord Stream 2. Betroffen seien alle Pipelines, die Öl oder Gas aus Russland exportieren. Und auch der SPD-Generalsekretär Hubertus Heil schlägt Alarm. Es ginge um, Zitat, wirklich verdammt viele Arbeitsplätze in Deutschland und in anderen europäischen Ländern. Wobei das noch das kleinere Problem wäre. Das Hauptproblem wäre unsere Energieversorgung. Denn Fakt ist, auch wenn das viele nicht hören wollen, Europa braucht das Gas aus Russland. Und ich finde, das ist sogar gut. Erstmal grob ein paar Fakten. Russland ist der wichtigste Lieferant und steuert knapp 40% zum europäischen Gasimport bei. Bulgarien, die Slowakei, Finnland und Polen enthalten nahezu ihr komplettes Erdgas aus Russland. Und Länder im Westen Europas sind weniger oder gar nicht abhängig. Zwar ist Diversifizierung seit einigen Jahren das erklärte Ziel der EU-Kommission. Wir in Europa müssen ja unabhängiger vom Russen werden. Aber das dürfte auch viel mit Ideologie zu tun haben. Denn zum einen sagen viele Experten, unser Markt sei bereits genügend diversifiziert. Und zum anderen, mal ganz unabhängig davon, was Putin sich im Inneren und Äußeren erlaubt, war Russland als Energielieferant immer zuverlässig. Selbst im kältesten Kalten Krieg gab es kaum Probleme. Denn auch Russland ist von uns abhängig, also von unserer Kohle. Und genau das finde ich eben gut. Denn was kann den Frieden bitte besser garantieren als die ökonomische Zusammenarbeit? Nur mal so als Erinnerung. Unser Frieden in Europa und die europäische Integration hat genau so angefangen. Nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Die Idee dahinter, wer Bergbau und Stahlerzeugung gemeinschaftlich verwaltet, kann nicht mehr so leicht Krieg führen. Und dafür feiern wir uns bis heute inklusive Friedensnobelpreis. Aber mal ganz abgesehen davon ist das auch wirtschaftlich und ökologisch ein Wahnsinn. Die USA, so wird jetzt ziemlich offen analysiert, wollen eigentlich nur ihr Gas exportieren. Das meint sogar Sigmar Gabriel. Ich meine, ich fand es ja ermutigend offenherzig, dass die amerikanischen Gesetzgeber in den Gesetzesentwurf reingeschrieben haben. Übrigens, unsere Idee ist die folgende. Wir haben zu viel Liquid Gas, weil in Asien nicht mehr so viel gebraucht wird. Und wir fänden das eine gute Idee, wenn wir das jetzt nach Europa verkaufen. Dafür müssen wir aber die Russen vom Markt kriegen. Also mal wieder America first. Denn dank Fracking hat das Land einen riesigen Gasboom erlebt. Nur lässt sich Gas nicht so leicht transportieren wie Öl. Pipelines sind, wenn sie erst einmal errichtet sind, der günstigste und sicherste Transportweg. Um es aber aus den USA hierher zu bekommen, muss man daraus Flüssiggas machen. Dafür wird das Gas ziemlich energieintensiv auf minus 165 Grad gekühlt. Dann braucht man eine Armada von Tankern, um das Zeug irgendwie hierher zu bekommen. Und die kosten pro Stück 200 Millionen Euro. Und dann braucht man wieder Milliarden teurer Anlagen, um das Flüssiggas hier wieder brauchbar zu machen. Abgesehen von diesen enormen Investitionskosten, natürlich mitfinanziert durch Steuergelder, wäre das Gas für den Endkunden nach Schätzungen dann 20 Prozent teurer. Zumal es in der EU an der nötigen Infrastruktur fehlt, um das an den Küsten angelandete Flüssiggas ins Binnenland zu transportieren. Wie gesagt, ökonomisch und ökologisch ein Wahnsinn. Dazu kommt noch, dass die US-Reserven nicht mal ansatzweise reichen. Wir bräuchten auch weiterhin Gas aus Russland. Und last but not least sogar die US-Lobby. Die Energiekonzerne schlagen Alarm. Auch sie befürchten negative Konsequenzen, was nur noch mehr davon zeugt, dass das Ganze hauptsächlich ein politisch motivierter Move gegen Russland ist. Also von wegen America first.